Ich glaube, die suche mich immer noch, Chat. Ich bin bereit, ich komme! Hm. Hm. Komm raus! Wenn du von alleine rauskommst, tun wir dir nicht mit! Versprochen! Er fliegt. Wo bist du hin? Weiß dich raus! Also, das ist Mehl, das ist ein Jungs. Er hat sie an den Ripper verkauft? Der Chip war hinüber. Vielleicht sollte er ihn retten. Ein Ripper namens Fingers in einer finsteren Gasse. Klingt wie der Traum jedes Joy Toys. Wenn du von alleine rauskommst, tun wir dir nicht mit! Hm. Verlasse das Clouds! Muss jetzt bei allen Leuten lang? Ja? 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 Gebietssicher? Ich weiß ja nicht. So? Zur's! Ja, du bist ein bisschen blind. Ja, du bist ein bisschen blind. Ja, du bist ein bisschen blind. Das ist keine Situation, die ich mag. Ja, du bist ein bisschen blind. 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 Ich muss... Ich muss vorne die Kamera noch irgendwie ausschalten. Ja, du bist ein bisschen blind. Und sie auch. Oh, die ist aus schon. War doch gut, dass ich die erst ausgemacht habe. Das sieht auch aus. Was? Wenn du von alleine rauskommst, tun wir dir nichts. Hm? Du tust mir nichts mehr. Ich mag, dass ich jetzt die ganze Zugangskarten kriege. Kann ich nicht ausschalten. Kann ich nicht ausschalten? Ich muss Ihnen jede Waffe zurückgeben. Ja, danke. War schön bei Ihnen. Hey, ich weiß nichts. Ich arbeite nur hier. Ich komme bestimmt demnächst nochmal wieder. Tschüss. Oh, ich habe es geschafft. Wann auf einem Bett sah ein bisschen anders aus? Ja. Haha. Das sah ein bisschen anders aus. Aber das sah bloß so aus. War nicht so. War ganz entspannt jetzt, oder? Und bin auf jeden Fall nicht gestorben. Danke. Danke. Aber eins steht fest. Die Claws werden das nicht vergessen. Okay, Chat, ihr müsst mir dran denken. Ich glaube, die Quest wird bald vorbei sein. Dass wir nicht den Bug mitnehmen. Ja, er ist super sympathisch. Der guckt auch so nett. Fernseher ist hier immer so laut. Warte, warum wackelt der Fahrstuhl so? Du hast was versucht und das ging schief. Und jetzt bist du völlig fertig. So findest du Helmer nie. Hä, Mission abgeschlossen? Hatte ich diese Gesprächsoption gehabt? Was ist das? Nein, verdammt. Verdammt. Ach, scheiße. Was willst du eigentlich von mir? Das ist alles zu langsam. Du gehst noch drauf, ehe wir wissen, wie du den Chip loswirst. Selbst gesagt, du willst mich tot sehen. Seitdem habe ich dir doch wohl klar gemacht, dass das nicht mehr so ist, oder? Ich will, dass du am Leben bleibst. Ach, hier ist das. Ich muss das erste nehmen. Ich habe schon mal gefragt. Was willst du von mir? Ich habe eine zweite Chance gekriegt. Und die lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Arasaka und ich haben noch eine 50 Jahre alte Rechnung offen, die ich begleichen will. Und dafür brauche ich dich. Zur Terroristin wollte mich noch keiner machen. Hör zu. Fühle mich fast gehe. Ich weiß gewisse Dinge, die uns helfen könnten, dein Leben zu retten. Du wirst den Chip los, ich hau Saka eine rein. Win-win. Wir brauchen den Soulkiller. Und wir kommen über Mikoshi an ihn ran. Du weißt schon, dass du nur eine lästige Halluzination bist, oder? Ich sollte dich einfach ignorieren. Und du bist eine wandelnde Leiche. Dann warte ich halt, bis dein Verstand weg ist und ich übernehmen kann. Du kleiner Wichser. Aber wie du siehst, habe ich mich entschieden, dir zu helfen. Zuerst müssen wir nur was finden. Sieben Buchstaben. Fängt mit M an. Okay. Also, was genau ist dieses Mikoshi eigentlich? Okay, von vorn. Wenn du verlinkt und im Net unterwegs bist, kann Arasaka dich frittieren und mit Soulkiller deine Psyche, Verstand und Seele fangen. Und? Kannst du noch folgen? Ja, hab die Erinnerungen gesehen. Haben dich schön dran gekriegt. Okay, wir haben scheinbar noch was zu bereden. Aber das muss jetzt warten. Also, wenn dich Soulkiller frittiert und röstet, stirbst du zwar. Aber dein Verstand wird vorher in ein Engramm kopiert. Sicher. So bist du zum Konstrukt geworden. Genau. Mikoshi ist der Ort, von dem aus Soulkiller agiert. Wo die Engramme gespeichert werden. Und was hat Mikoshi nun mit meinem Chip-Problem zu tun? Ist nicht gerade die hellste Birne im Lampenladen, hm? Vor 50 Jahren war Mikoshi der einzige Ort auf Erden, wo man am menschlichen Verstand operiert hat. Heute bestimmt immer noch. Ich sag's dir. Dort wird alles enden. Du bringst dein Ding zu Ende und ich meins. Und, äh, wie willst du Arasaka diesmal fertig machen? Noch ein atomares Ass im Ärmel? Ja, nur diesmal heißt es Alt Cunningham. Pff, sollte ich den Namen kennen? Noch nicht. Erst wenn wir haben, was wir suchen. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen nach Mikoshi. Endlich ist er nicht mehr unscharf, der Johnny. Aber Chat, ich muss ganz schnell woanders hin. Ich bin in drei Minuten oder so. Keine Ahnung, ich bin gleich wieder da. Äh, bleibt anständig. Ich bin... Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann los. Hier ist Platz. Okay. Wir haben die Judy-Mission fertig. Also eine. Ja, Rücken, Haare und die auf dem großen Zeh. Ich wasche nur zweimal die Woche, also... Dreimal. Dreimal wasche ich. Aber... Damit ich das noch länger rauszögern kann, müsste ich halt drei Monate Urlaub machen. Weil das Problem ist, ich kann kein Trockenshampoo verwenden. Da rastet meine Kopfhaut aus. Die ist so schon schwierig. Aber ja, ich kann mit Trockenshampoo leider nichts machen. Das ist mein Problem. Es ist ja auch nicht immer so, aber heute zum Beispiel sehen die schon wieder so schlimm aus, obwohl ich die gestern gewaschen habe. Obwohl ich weiß, dass ich das Shampoo ordentlich ausgespült habe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mir sind die schneller wieder fertig, wenn ich sie nicht richtig durchkämme. Hm. Okay. Ach, vielleicht ist es bloß irgendwie... Keine Ahnung. Aber es hat mich gerade gestört, als ich mich im Spiegel angeschaut habe. Kann auch am Wetterwechsel liegen. Ja. Kann vielleicht auch sein. Aber morgen muss ich noch irgendwie durchhalten. Weil ich morgen auf Arbeit einfach ein Zopf. Irgendwie. Okay. Das nur mal so nebenbei. Haben wir das auch geklärt? Ich will jetzt mal kurz hier Punkte ausgeben. Ich habe nämlich einige gesammelt. Heute. Ähm. Was wollten... Wir wollten hier weiter, oder? Nähe. Doch. Das heißt, wir müssen hier unten noch... Nee, wir müssen hier noch einpunkten. Wir haben jetzt drei Heilungen verfügbar. Warum ist... Was ist das hier eigentlich? Das ist noch gesperrt. Schaffst du... Ja. Andere stört es wahrscheinlich wieder nicht so sehr wie mich selbst. Aber... Das nervt. So was hatten wir hier... Reflexe war... Stummgewehr, Maschinenpistole, Klingwaffen. Schrotflinten, leichte Maschinengewehr, stumpfe Waffen. Geschütztürme abreißen. Ähm... Maximal Speicherpunkte finde ich auch nicht schlecht. Aber auf jeden Fall noch eins mehr. Was haben wir hier eigentlich? Oh, das ist nice. Konterhack, das ist auch gut. Wir machen hier... Also wir müssen das nächste Mal auf Intelligenz noch Punkte verteilen. Was verlängert oder... Verringert die Länge der erforderlichen Sequenz zum Hacken? Nee, ich mag Breachcodes. Nicht ändern, bitte. Breachcodes. Verringert die Länge. ich glaube ich hätte mir den einen punkt noch auf ich weiß gerade nicht so richtig ich würde dann lieber warten bis wir hier sind es bis wir die grenze hier weg haben und dann hier ein bisschen weiter leveln okay was können wir hier eigentlich gerade noch alles so ein bisschen mal gucken und machen haben klamotten man sieht das bloß nicht weil ich ein outfit anhabe aber ich glaube grüne klamotten sind besser als weiße oh cyberware wir können mal wieder zum ripper dog eine mod kann nicht in einem item mit niedrigerer kategorie als die mod selbst ins kategorie eins und das ist kategorie drei okay wir müssen zum ripper dog okay okay will it be dog Oh ne, überfallen, nicht mich sehen. Wie, warte. Ich finde hier nie den Weg. Wir müssen hier hinten irgendwo rum, oder? Wie komme ich zum Gubberdog? Gehe ich hier hin? Warum hast du bloß deine kurze Hose an? Nee, warte. Ich muss woanders lang. Gehe jetzt doch lieber den Weg, den mir die Web anzeigt. Einfach laufen, wie ich denke, funktioniert nicht. Aber dort ist ein Überfall. Ich kann doch hier runterfahren. Lager? Oh, warte. Ich mache gerade die Quest. Zufälligerweise. Warte. Wie? Du rufst tatsächlich an? Weil da stand gerade rechts, ich solle zur Jig-Jig-Street und da bin ich gerade zufällig hingefahren und jetzt steht dort, finde die Klinik von Fingers. Vielleicht ist der Ripperdog Fingers. Eveline ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie an den Ripperdog namens Fingers vertickt. Oh, scheiße. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig-Street. Wie ist der? Scheiße, wie. Der Typ ist richtig mies. Ich bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Nee, das will ich aber noch nicht. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später wie? Ich will zu meinem hier, wo ich wohne. Wo wohne ich denn? Hier. Hier ist doch irgendwo Weg. Wo ist Weg? Der ist doch hier irgendwo. Ich möchte zu meinem Ripperdog des Vertrauens. Nee, hier wohne ich. Ist das Weg? Ich gehe jetzt hier rechts, komme ich zum Schnellreise. Hier ist es eine kleine Reise.